Alle Komponenten der Spritze sind wichtig für eine sichere und effektive Arbeit, aber die Düse kann den höchsten Einfluss haben, wenn es um die Wirkung der Pflanzenschutzmittel geht. Hardy hat sowohl dem Design als auch der Materialauswahl höchste Aufmerksamkeit geschenkt, um eine Düsenpalette zu produzieren, welche den hohen Anforderungen an modernen Pflanzenschutz gerecht werden.